Johannes Oerding ist der deutsche Star bei der Night of the Proms und das hat er sich genau so vorgestellt. Ja, genau so. Ich habe den Spaß schon mal auf meiner Bühne gemacht. Da habe ich allerdings mit einem Pianisten gebattelt und heute mache ich es mit dem Tropetenspiel. Das ist natürlich noch viel, viel stilechter und das ist einfach schön. Und ich glaube, das ist ein schöner Gag-Show auf der Bühne, dass man auch sehen kann, man kann mit einem Orchester ein bisschen jammen und sich die Bälle hin und her schmeißen. So wird Musik gemacht. Bei den Proben zur Deutschlandtour in Rotterdam geht dem Songwriter noch ein bisschen die Düse, aber das ist normal bei ihm. Man muss sich doch derbe konzentrieren, denke ich, auch gerade bei den ersten Shows. Aber das kommt dann mit der Zeit, wenn erstmal alles eingespielt ist. Und nervös bin ich eh immer vorher, aber sobald dann der erste Ton funktioniert und nicht schief ist, ist alles cool. Die Sendung war im Auftrag von Johan und mir geht im Auftrag von Johan. Das war mir auch immer wieder range. Untertitelung des ZDF, 2020